Perfekt, da melde ich mich jetzt auch mal wieder zurück. Die letzte Folge ist ja schon zwei Wochen her, drei Wochen sogar. Das war noch das Freitinstag. Ja, und die Folge mal mit Batman, so als Batman unterwegs. Batman ist ja auch gerade voll das Thema überall durch den neuen The Batman Film. Mit Robert Pattinson als Batman. Ich gebe so gewagte Wahl. Robert Pattinson. Ja, aber ich finde, er macht seinen Job gut. Also, das muss man ihm lassen. Scheiße, das sind ja Gegner. Weg. Ja, ich schaffe weder Waffen noch Munition. Ja, hört doch auf. Mitten während dem Schießen. Ja, was? Ach, komm. Es ist doch ein schlechter Scherz. Also, das war doch wieder so ein Witz. Hallo, wo ist denn das Jumphead? Ja. Ja. Ja, von da hin. Mhhm. There's a fire starting in my heart, reaching out. I'm holding out for a hero tour and a night. Nimm mal doch. Ajo. Ja, ich sehe es schon kommen, Alter. Die Sieben und der Ajo wird gefühlt der Russland-Ukraine-Konflikt, aber nur ein Fortnite, Alter. Aber keine Chance. Ja.